Edgar Allan Poe Das verräterische Herz Für wahr, reizbar, sehr, gar fürchterlich reizbar waren meine Nerven gewesen und sind es noch. Doch warum gleich behaupten wollen, ich sei verrückt? Das Leiden hat meine Sinne geschärft, beileibe nicht zerrüttet oder abgestumpft. Recht eigentlich war der Gehörsinn übermaßen fein. Ich hörte alle Dinge im Himmel und auf der Erde und ich hörte viele Dinge in der Hölle. Wie bin ich denn also verrückt? Hören Sie gut zu und haben Sie Acht, wie wohl gesund, wie ruhig ich Ihnen die ganze Geschichte erzählen kann. Wie der Gedanke mir zuerst in den Sinn gekommen, weiß ich unmöglich zu sagen. Doch als ich ihn einmal gefasst, quälte er mich Tag und Nacht. Zweck war es nicht, Leidenschaft war es nicht. Ich mochte den alten Mann. Er hatte mir niemals Unrecht zugefügt. Er hatte mich niemals gekränkt. Nach seinem Golde gelüstete mich nicht. Es war wohl sein Blick, ja, das war es. Eines seiner Augen glich dem eines Geiers. Ein blassblaues Auge mit einem Häutchen darüber. So oft sein Blick auf mich fiel, stockte mir das Blut in den Adern und so reifte in mir, denn nach und nach, so ganz allmählich, der Entschluss, dem Alten das Leben zu nehmen und so auf immer von dem Auge mich zu befreien. Und das ist nun der springende Punkt. Sie meinen, ich sei verrückt? Verrückte aber wissen doch nichts. Da hätten sie aber mich nun sehen sollen. Sie hätten nur einmal sehen sollen, wie klug ich vorgegangen bin, mit welcher Vorsicht, mit welchem Vorbedacht, mit welcher Verstellung ich ans Werk gegangen. Nie war ich freundlicher zu dem alten Mann, denn während der ganzen Woche, bevor ich ihn getötet. Und jede Nacht, um Mitternacht, drückte ich die Klinke seiner Tür nieder und öffnete sie. Oh, so sacht! Und war dann die Öffnung groß genug, den Kopf hindurchzustecken, schob ich eine Blendlaterne hinein, die fest, ach so fest, geschlossen war, dass kein Licht hervorschimmerte. Und dann ließ ich den Kopf folgen. Oh, hätten sie gesehen, wie listig ich dies angefangen! Sie hätten gelacht. Langsam bewegte ich ihn, ganz, ganz langsam, dass ich den alten Mann nicht im Schlafe störte. Eine Stunde brauchte ich dazu, bis ich den Kopf so weit durch die Öffnung gesteckt hatte, dass ich den alten sehen konnte, wie er in seinem Bette lag. Hätte sich ein Verrückter so schlau wohl angestellt? Und dann, wenn ich den Kopf richtig darin hatte, blendete ich behutsam die Laterne auf. Oh, so behutsam! Behutsam, denn die Scharniere quietschten! Blendete ich sie gerade so weit auf, dass ein einziger dünner Strahl auf das Geierauge fiel. Und dies tat ich während sieben langer Nächte, jede Nacht, genau zur Mitternacht. Doch immer fand ich das Auge geschlossen, und so war es unmöglich, das Werk zu vollbringen, denn nicht der alte Mann war's, der mich quälte, sondern seines bösen Auges böser Blick. Und jeden Morgen, wenn der Tag anbrach, trat ich kühn in seine Kammer und redete gar unverzagt mit ihm, indem ich ihn im herzlichen Tone beim Namen rief und mich erkundigte, wie er die Nacht verbracht hatte. Sehen Sie, so hätte er schon ein sehr scharfsinniger alter Mann sein müssen, um zu argwöhnen, dass ich in jeder Nacht genau um zwölf bei ihm hineinschaute, indes er schlief. In der achten Nacht war ich beim Öffnen der Türe noch vorsichtiger als sonst. Der Minutenzeiger einer Uhr rückte schneller vor, als meine Hand dies tat. Niemals noch vor dieser Nacht hätte ich das Ausmaß meiner eigenen Kräfte, meines Scharfsinns so gespürt. Kaum vermochte ich, meine Triumphgefühle zu bändigen, zu denken, dass ich da war und ganz allmählich die Türe öffnete, indes er nicht einmal im Traume etwas von meinem heimlichen Taten oder Gedanken ahnte. Ich musste regelrecht kichern bei dem Gedanken, und er hörte mich wohl, denn plötzlich, als hätte ihn etwas erschreckt, bewegte er sich im Bett. Nun denken Sie vielleicht, ich hätte mich zurückgezogen, aber nicht doch. Sein Zimmer war in dichtes Dunkel gehüllt, wie Pech, so schwarz, denn aus Angst vor Einbrechern waren die Fensterläden fest verschlossen, und so wußte ich, dass er nicht sehen konnte, wie die Tür sich öffnete, und ruhig schob ich sie denn weiter auf, immer weiter. Ich hatte den Kopf schon drinnen und wollte gerade die Laterne aufmachen, da glitt mein Daumen an dem Blechen in Riegel ab, und der alte Mann fuhr im Bette hoch und schrie, »Wer ist dort?« Ich hielt ganz still und sagte nichts. Eine volle Stunde lang regte ich keinen Muskel, und während dieser ganzen Zeit hörte ich nicht, dass er sich wieder hinlegte. Noch immer saß er im Bett und lauschte. Genau wie ich es, Nacht um Nacht getan, da auf die toten Uhren in der Wand ich gehorcht. Alsbald vernahm ich ein leises Stöhnen, und ich wußte, es war das Stöhnen, wie es Todesangst hervorbringt. Nicht Schmerz oder Gram, oh nein! Es war der leise gedämpfte Laut, der vom Grunde der Seele aufsteigt, wenn übergroßes Entsetzen darauf lastet. Mir war dieser Laut wohl bekannt. So manche Nacht, genau zur Mitternacht, wenn alles schlief, ist er hervorgequollen aus meiner Brust und hat mit seinem fürchterlichen Echo-Hall das Graue noch vertieft, welches mich gequält. Wie gesagt, ich kannte ihn wohl. Ich wußte, was der alte Mann empfand, und er tat mir leid, obschon es im Herzen mich erfreute. Ich wußte, er hatte wachgelegen seit dem ersten leisen Geräusch, da er sich im Wetter umgedreht. Seither war in ihm die Angst immer zugewachsen. Er hatte versucht, sich einzubilden, sie sah grundlos. Doch war es ihm nicht gelungen. Es ist nichts in der Wind im Kamine, hatte er auf sich eingeredet. Es ist nur eine Maus, die über die Dielen huscht. Oder es ist bloß ein Heimchen, welches nur einmal gezirbt. Ja, mit derlei Vermutungen hat er sich immer wieder zu trösten versucht. Doch alles vergebens, alles vergebens, weil der Tod, sich ihm genaht, vor ihn getreten war, mit seinem schwarzen Schatten und das Opfer dareingehüllt hatte. Und es war die traurige Gewalt dieses unsichtbaren Schattens, welche ihn, obwohl er nichts sah, noch hörte, die Gegenwart meines Kopfes im Zimmer spüren ließ. Als ich lange Zeit voller Geduld gewartet hatte, ohne zu vernehmen, dass er sich hingelegt hätte, beschloss ich die Laterne, um einen kleinen, einen winzig-winzig-kleinen Spalt zu öffnen. So öffnete ich sie denn, sie können sich nicht vorstellen, wie leise, leise, bis schließlich wie der Faden eines Spinngewebs ein einziger matter Strahl aus dem Spalt hervorschoss und auf das Geierauge fiel. Es war offen, weit, weit offen, und die Wut packte mich, da ich darauf starrte. Ich sah es mit vollkommener Deutlichkeit, das ganze fahle Blau mit den grässlichen Schleier darüber und erschauerte bis auf Mark. Doch vom Gesicht oder der Gestalt des alten Mannes vermochte ich sonst nichts zu erblicken, denn gleichsam instinktiv hatte ich den Strahl genau auf den verdammten Fleck gerichtet. Und da habe ich ihnen nicht gesagt, dass das, was sie für Wahnsinn halten, nichts anderes ist, denn ein Überschärfe der Sinne? Also da, sage ich, drang an meine Ohren ein leiser, dumpfer, behänder Laut, ganz so wie eine Uhr klingt, wenn man sie in Watte wickelt. Auch diesen Laut kannte ich wohl. Es war das Herz des alten Mannes, das da schlug. Dies steigerte meine Wut wie ein Trommelschlag des Soldaten Mut anspornt. Doch selbst jetzt noch hielt ich an mich und blieb still. Ich atmete kaum, reglos verharrte ich mit der Laterne. Ich versuchte, wie ruhig ich den Strahl auf das Auge gerichtet halten konnte. Unterdessen wuchs das höllische Getrommel des Herzens immer mehr. Schneller, immer schneller ward es mit jedem Augenblick. Und lauter, immer lauter. Der alte Mann muss panische Angst gehabt haben. Lauter, wie gesagt, pochte es lauter mit jedem Augenblick. Hören Sie mir auch gut zu? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass meine Nerven reizbar sind. Oh ja, und hier nun, mitten in der Nacht, in der schrecklichen Stille dieses alten Hauses, erregte mich dieses sonderbare Geräusch bis zu unbändigem Entsetzen. Doch noch einige weitere Minuten hielt ich an mich und stand still. Aber das Pochen ward lauter, lauter. Ich meinte, dieses Herz müsse zerspringen. Und da packte mich eine neue Sorge. Ein Nachbar könnte dies Pochen hören. Für den alten Mann war die Stunde gekommen. Mit gellendem Gebrüll riss ich die Laterne vollends auf und sprang ins Zimmer. Er schrie auf, einmal, ein einziges Mal nur. Im Augenblick hatte ich ihn auf den Fußboden gezerrt und das dicke Bett über ihn gezogen. Darauf lächelte ich froh, war doch die Tat soweit vollbracht, doch minutenlang noch schlug das Herz weiter mit gedämpftem Pochlaut. Das störte mich aber nicht, durch die Wand hindurch wäre das wohl nicht zu hören. Endlich verstummte es. Der alte Mann war tot. Ich nahm das Bett fort und musterte prüfend den Leichnam. Ja, er war tot. Mausetot. Ich legte meine Hand auf sein Herz und ließ es eine ganze Weile dort liegen. Da war kein Klopfen mehr. Es schlug nicht mehr. Er war mausetot. Sein Blick würde mich nimmermehr quälen. Wenn sie noch immer denken sollten, ich sei verrückt, dann werden sie aber jetzt ihre Meinung ändern, wenn ich ihnen nun berichte, welch kluge Vorkehrungen ich ergriff, die Leiche zu verbergen. Die Nacht schwand dahin, und ich arbeitete hastig, doch in aller Stille. Zuallererst zerstückelte ich den Leichnam. Ich trennte den Kopf ab, sowie die Arme und Beine. Darauf hob ich drei Dielen vom Fußboden der Kammer auf und verstaute alles zwischen den Verbandsstücken. Dann schob ich die Bretter wieder so geschickt, so kunstgerecht an ihren Platz zurück, dass keines Menschen Auge, nicht einmal seines, etwas Unrechtes daran hätte kennen können. Da war nichts wegzuwaschen, kein Fleck irgendwelcher Art, keinerlei Blutspuren. Da war ich zu umsichtig vorgegangen. Ein Bottich hatte alles aufgenommen. Als ich diese Arbeiten vollbracht hatte, war es viel Uhr. Und noch immer finster wie zur Mitternacht. Als die Uhr die Stunde schlug, klopfte es an der Haustür. Leichten Herzens ging ich hinunter, um sie zu öffnen, denn was hatte ich nun noch zu befürchten? Hereintraten drei Männer, die sich mit vollendeter Höflichkeit als Polizeibeamte vorstellten. Ein Schrei sei in der Nacht von einem Nachbarn gehört worden, Verdacht auf verbrecherisches Tun sei geweckt, Anzeige sei erstattet worden auf der Polizeiwache, und sie, die Beamten, wäre nun entsandt, das Anwesen zu durchsuchen. Ich lächelte, denn was hätte ich zu befürchten? Ich hieß die Herren willkommen. Geschrien, so sagte ich, habe in einem Traume ich selber. Der alte Mann meldete ich ferner, Weile auf dem Lande. Ich führte meine Besucher durch das ganze Haus. Ich bat sie doch zu suchen, gründlich zu suchen. Ich geleitete sie schließlich zu seiner Kammer. Ich zeigte ihnen seine Schätze, sicher verwahrt, unangetastet. Im Überschwang meines Selbstvertrauens brachte ich Stühle ins Zimmer und forderte sie auf, doch hier von ihrem Mühsal auszuruhen, dass ich selber im tollkühnen Übermut meines vollkommenen Triumphes meinen eigenen Stuhl genau auf die Stelle rückte, darunter die Leiche des Opfers ruhte. Die Polizisten waren zufrieden. Mein Auftreten hatte sie überzeugt. Ich fühlte mich außerordentlich wohl, gänzlich unbefangen. Sie setzten sich, und die weil ich munter Antwort gab, plauderten sie von gewöhnlichen Dingen, doch alsbald spürte ich, wie bleich ich ward, und wünschte sie fort. Der Kopf schmerzte mir, und in den Ohren vermeinte ich ein Klingeln zu hören, doch noch immer saßen sie da, noch immer schwatzten sie. Das Klingen ward deutlicher. Es dauerte an und ward immer deutlicher. Ich redete ungezwungener daher, um das Gefühl loszuwerden, doch es dauerte an und gewann an Bestimmtheit. Bis ich schließlich merkte, dass es gar nicht meine Ohren waren, die da klangen. Zweifellos ward ich nun sehr bleich, doch fließender redete ich dahin und mit lauter Stimme. Doch das Geräusch schwoll an. Und was konnte ich nur tun? Es war ein leiser, dumpfer, behenderlaut, ganz so, wie eine Uhr klingt, wenn man sie in Watte wickelt. Ich rang nach Atem, und doch hörten es die Polizisten nicht. Ich redete schneller, leidenschaftlicher, doch das Geräusch schwoll immer weiter an. Ich erhob mich und debattierte um Nichtigkeiten, in den höchsten Tönen und mit heftigen Gebärden, doch das Geräusch ward immer lauter. Warum nur wollten sie nicht gehen? Mit schweren Schritten ging ich auf und ab, wie wenn die Bemerkungen der Männer mich wütend aufgebrachte, doch das Geräusch ward immer lauter. Oh Gott, was konnte ich nur tun? Ich schäumte, ich tobte, ich fluchte, ich ergriff mit Schwung den Stuhl, auf welchen ich gesessen hatte, und kratzte damit auf den Bielen herum, doch das Geräusch übertönte alles und schwoll beständig an. Es ward lauter, lauter, immer lauter, und noch immer plauderten die Männer munter daher und lächelten. War es denn möglich, dass sie nichts hörten? Ein mächtiger Gott, nein, sie hörten es wohl, hegten schon Verdacht, sie wussten. Sie machten sich nur lustig über meinen Setzen, so dachte ich damals und so denke ich noch jetzt. Doch alles, alles nur nicht diese Pein, alles ertragen, nur nicht diesen Hohn. Ich hielt diese scheinhellige Lächel nicht mehr aus, ich spürte, ich müsse schreien oder sterben. Und da wieder, horch, lauter, lauter, lauter. Ihr Schurken, schrie ich genug, eure Heichelei, ich gestehe die Tat, reißt die Deelen auf, hier, hier, sein grässliches Herz, es schlägt.